So, jetzt kurz schauen. Übernehme das Steuer? Fährst du wirklich? Fahrzeug lenken. Sturmwarnung. Haben wir überhaupt einen Schutzraum hier? Ich glaube nicht, oder? Nein, ganz sicher nicht. Dann schauen wir zu den Fossilien mal. Alles verkaufen, was Geld bringt. Oh, sehr gut. Extrahieren, extrahieren. 700. Kann ich mir doch zwei Spuckdinger da holen? Oder einen davon? Ausbrüten. Bitte, bitte, bitte. Geh nicht kaputt. Wow, wow, wow. Ja. Ranger Team 1. Reagiere auf Reparaturanfrage. So. So. Das sollte fast wieder repariert sein. Kleine Expedition für 75.000. Puh. Leute, wie geht's euch? Borkenheit 100%. 100%. Hier ist noch Futter drin. Hier ist auch noch Futter drin. Wunderbar. 33, boah, das ist doch dicht. Sehr lange. Wir haben gerade mal eine Futter drin. Wir haben gerade mal eine Futter drin. Wir haben gerade mal eine zweite Schläuse hin. Wobei, wenn sie ausbrechen, dann brechen sie aus. 49%. Sehr schön. Läuft alles noch. Für 61.000 können wir doch schon noch eine zweite Expedition an die Stadt bringen. Ich hoffe, der neue Dino sieht dann ordentlich die Leute. 65 Prozent zu den Fossilien los. Verkaufen. 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 können noch. Wir haben einen guten Ausblick hier auf die zwei Futterstellen. 77 Prozent. Nächste Expedition. Unsere einzige vernünftige Einnahmequelle sind die Expedition im Moment. 87, komm. Hoffentlich will der nicht sozial sein. 8,8 Millionen Parkwert. Besucherzahlen müssten wir dann mit dem Vieh auf jeden Fall haben. Was kostet der Kleine? Lassen wir da auch mal rein. Zur Praxiii. Du wirst freigelassen. Krokodilkopf. Ach, das ist ein Einzelgänger. Das ist ja optimal. So, wo willst du denn hin? Ins Wasser? Okay. Erreiche einen Parkwert von 8 Millionen. Komm. Die lassen wir jetzt auch raus. Du dienst als extra Futter. Was für eine Krankheit. Ranger. Team 2. Aufgaben. Was für eine Krankheit. Ranger. Team 2. Aufgaben. Wo ist eine Krankheit. Hier. Komm, dann. Anfrage bestätigt. Füllst du mal gleich noch die Futterstation auf hier. Ja, da. Warum bist du krank? Ich verstehe es nicht. Für... Oh, jetzt haben wir hier richtig Geld. Können wir ein Hotel bauen? Gäste. Schutzraum. Hotel. Verbaut. Komm, komm, komm. Hotel. Ich habe doch gerade gesehen, dass du hingepasst hast. So. Hotel. Der Dino ist tot. Der kleine Strunko. Dann... Nein. Falsch. Ich will Transport. Unterwegs um Produkt einzusammeln. Wieder ein paar Expeditionen. Forschung. Halten wir auf. Der anderen Insel fast alles gemacht. Hier waren keine Fossilien. Aufgabe erhalten. So. So. Den da hinten musst du noch heilen. Produkt wurde eingesammelt. Der ist ja echt zufrieden hier drin. Ich kann mir sogar eine neue Aufgabe raussuchen. Und zwar... für sie. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch ihnen definitiv weiterhelfen wird. Dinosus Genom. Okay. Wir haben gerade einmal begonnen, die genetischen Möglichkeiten unseres Planeten auszuschöpfen. Heute erwecken wir prähistorische Tiere wieder zum Leben. Was kommt als nächstes? Dinosus. 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 Ah, okay. Die zwei müssen wir als nächstes nach vorn bringen. erste truppe kommt zurück für 90 machen wir mal das dionius krabungsteam kehrt zurück kommt los so kurz schauen habt ihr schön geld mit das ist jetzt nicht so besonders viel raus ranger team 2 aufgabe repariert mal schön 400.000 für die gäste was können spielwaren kleiderladen bowlingbahn ein restaurant verbaut warum ist es ich hoffe das zieht hier hinten bald viele leute an so schön repariert wir haben hier schon wieder fossilien extra hier verkaufen deiner source und extra hier angenehme annehmbare vielfalt können wir vielleicht ein wenig größer denken wir holen uns was holen wir uns jetzt als nächstes dino ausbrüten standard das nenne ich unterhaltung 124 40 30 30 26 26 24 24 boah komm triceratops lebensfähigkeit belastbarkeit dieser 22 23 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ausbrüten kommen triceratopsa brüten wir mal drei von den kollegen aus die grasen fein finde ich gut sozial bestand passt alles ich kann ja neue aufgabe holen wir mal eine blaue aufgabe ein kleines nebengeschäft das wir nutzen sollten ranger treffsicherheit ok akzeptieren ranger team treffsicherheit so danke ja danke ich muss aber ich glaube immer noch die daiko die daikos weiter erforschen 300.000 sind die triceratopsa alle schon fertig jawohl ein dicker kommt warum ist er so beschissen dunkelgrad geborgenheit jawohl er scheint zufrieden zu sein da kann man den auch auslassen und den auch so für 400.000 könnten wir noch könnten wir noch bauen das restaurant wie sieht es aus verkaufen für 42 personal fast quatsch hier weg also wir haben ein restaurant hier unten fast food ist echt scheiße hier oben souvenir laden genauso müll fast food und souvenir laufen nicht bowlingbahn kleider laden die bar so abreißen das und stattdessen und spannwerk reicht auch so haben wir hier die bar wenn sie jemals ein umfeld schaffen wollen in dem die tiere ihnen vertrauen können dann müssen sie akzeptieren was passiert wenn sie sie freilassen und sie ihren trieben nachgehen auch wenn sie dann zu töten beginnen denn das ist ihre natur so ganz kurz warum ist das so eng sein hier so weg spielwaren laden raus hier neuer auftrag anfordern ich habe mir das angesehen sollten sie auch tun ein t-rex das wird böse aber gut gehen wir mal in die forschung ansehen gehirn immunreaktion oh shit ok das kann ich mir in nächster zeit noch nicht leisten daikio daikio verkaufen extrahieren extrahieren verkaufen so muss ich mal zu meinem kraftwerk schauen verbesserte leistung verbesserte leistung habe ich nur das eine kraftwerk glaube ich nicht hier ist noch ein kleines kraftwerk verkaufen ausfallschutz so spielwaren laden schau mal rein so alles gut die bar hat die genug leute die noch cocktail macht guten gewinn packen wir mal eine person mehr rein daikio läuft noch hotel parker befüllt nein restaurant das das kommt eine person mehr rein was könnten wir hier noch rein quetschen restaurant bowlingbahn wird hier jemand in eine bowlingbahn hier gehen gut wir machen eine bowlingbahn bei den raubtieren warum nicht weil wir bis jetzt hier gerade mal ein raubtier haben